7,5 Uhr muss ich noch laufen und da hoffe ich, dass ich auch gut abschneiden werde. Teilnehmen ist alles. Ich bin sehr zufrieden. Ein tolles Vetter. Es war sehr gut. Was bedeutet die Special Olympics für Sie persönlich? Ein Festival der Inklusion, finde ich. Also, dass alle teilnehmen, das sportlich nehmen, aber letzten Endes ist es gemeinsam. Freude am an der Bewegung, am Sport insgesamt ist das Wichtigste, glaube ich. Und was wollen Sie den Athletinnen und Athleten mitgeben für die Special Olympics, für die Games? Ach, die sind schon von sich aus mit Freude dabei und mit Begeisterung. Meine Aufgabe ist ganz bescheiden, das zu eröffnen heute Abend. Welche Bewerbe werden Sie sich anschauen? Ich glaube, ein bisschen Langlauf jetzt und morgen Vormittag haben wir auch noch Zeit ein bisschen. Wollen wir mal sehen.